Die Anschlüsse des Camper Profiler Players findet ihr alle auf der Rückseite. Die Gitarre wird an den Input angeschlossen, wenn ihr einen Kopfhörer benutzt, dann schließt ihr ihn an die Fonts-Buchse an. Ein Expression-Pedal oder Fußschalter kann mit dem Anschluss darunter verbunden werden. Über den Main-Out-Anschluss mit der XLR-Buchse könnt ihr ein Mischpult oder Audio-Interface ansteuern. Eure Aktivboxen auf der Bühne, zum Beispiel das Camper Power Cabinet, werden über den Monitor Out verbunden. Es ist natürlich auch möglich, eine separate Endstufe mit angeschlossener Lautsprecherbox hier anzuschließen. Wenn ihr die Gitarre und eure Abhörmöglichkeiten angeschlossen habt, dann schließt das mitgelieferte Netzkabel an und der Profiler-Player lädt das zuletzt angewählte Rig. Stellt am Master Volume Regler die gewünschte Lautstärke ein und ihr könnt spielen. Eine kurze Erklärung zur Bezeichnung Rig. Die Kombination von Amp und Cap Profil und Effekten wird beim Profiler als Rig bezeichnet, also die komplette Signalkette. Bei anderen Herstellern wird das auch Patch oder Preset genannt. In unserer Signalkette beim Profiler-Player haben wir zuerst zwei Effektmodule, dann den Stack, das sind Amp-Profil und Cap. Und danach kommen nochmal zwei weitere Effektmodule für Effekte in Stereo, zum Beispiel Reverb, Delay oder Modulationseffekte. Mit den drei Fußscheltern können verschiedene Aktionen gesteuert werden. Die Schalter sind frei programmierbar und ab Werk haben sie folgende Funktion. Mit FS3 kann man das nächste Rig anwählen. Mit dem FS1 kann man das vorherige Rig anwählen, also zurückschalten. Mit dem Schalter in der Mitte, FS2, können Effekte aktiviert und deaktiviert werden. Mit dem Tab-Tuner-Taster kann das Tempo für die zeitbasierten Effekte eingetippt werden. Hierfür müsst ihr immer nur kurz den Taster im gewünschten Tempo drücken. Der Taster blinkt dann rot im eingegebenen Tempo. Der Tuner wird aktiviert, wenn ihr den Taster kurz gedrückt haltet. Die Einstellungen mit allen verfügbaren Parametern können bequem und übersichtlich mit dem Rig Manager am Computer oder Smartphone-Tablet vorgenommen werden. Aber auch am Profiler-Player könnt ihr die wesentlichen Dinge über die Taster und Regler einstellen. Der Zergrad wird mit dem Gain-Regler eingestellt. Zur Klangregelung stehen am Profiler-Player, Treble, Middle- und Bassregler zur Verfügung. Die Lautstärke des Rigs wird mit dem Rig-Volume-Regler eingestellt. Wenn ihr an einem Regler dreht, wird die aktuelle Einstellung über die LED-Kette angezeigt. Wenn ihr Einstellungen zu den Effekten verändern möchtet, dann geht das mit den Tastern FX1 und FX2 und dem jeweils dazugehörigen Regler. Für jedes Rig können zwei beliebige Effekt-Module diesen beiden Bediengruppen aus Taster und Regler zugewiesen werden. Der entsprechende Effekt wird mit dem Taster ein- und ausgeschaltet. Mit dem Regler kann ein Parameter des Effekts verändert werden. In der Regel ist das der Drive-Parameter bei Distortion-Effekten oder der Mix-Parameter bei Modulations-, Delay- und Reverb-Effekten. Wenn ihr den Regler herunterdrückt und dann dreht, kann bei manchen Effekten noch ein zweiter Parameter eingestellt werden. Wenn ihr alle Einstellungen gemacht habt, dann könnt ihr die Veränderungen speichern, indem ihr den aktuellen Rig-Taster einen Augenblick gedrückt haltet. Wählt dann den gewünschten Speicherplatz aus, indem ihr den entsprechenden Rig-Taster drückt, und das Rig ist an dieser Stelle gespeichert. Bei den fünf Reglern in der mittleren Reihe gibt es auch eine Zweitfunktion, die gesteuert werden kann, wenn man den Regler herunterdrückt und dann dreht. Zum Beispiel könnt ihr das Input-Noise-Gate regeln, wenn ihr den Gain-Regler drückt und dreht. Mit der Zweitfunktion von Rig Volume kann die DAW Bluetooth-Lautstärke eingestellt werden. Jetzt werfen wir einen Blick auf die Struktur des Profiler-Players. Es sind 50 Rigs verfügbar und die sind verteilt auf 10 Bänke mit je 5 Rigs. Die Rigs werden über die Taste 1 bis 5 angewählt. Die Bänke werden mit dem Bank-Taster gewechselt. Jede Bank hat eine bestimmte Farbe. Wenn ihr ein Camper-Cabinet oder eine Lautsprecherbox mit einem Camper-Cone am Monitor-Out angeschlossen habt, dann könnt ihr die Camper-Cone-Funktion mit dem Cone-Taster aktivieren. Ab Werk ist diese Funktion nicht aktiviert. Der Taster muss einen Moment lang gedrückt gehalten werden. Und nach dem Aktivieren des Camper-Cone-Modes kann man durch kurze Betätigung des Cone-Tasters zwischen Full-Range-Mode – der Taste leuchtet weiß – und Speaker-Imprint-Mode – der Taste leuchtet rot – umschalten. Es gibt verschiedene Verbindungsmöglichkeiten des Profiler-Players mit externen Geräten. Über Bluetooth können Audiodateien von einem Smartphone-Tablet an den Profiler-Player gesendet werden. Dafür muss eine einfache Bluetooth-Verbindung hergestellt werden. Mehr nicht. Um den Rig-Manager auf einem mobilen Gerät zu nutzen, ist eine WiFi-Verbindung notwendig. Das funktioniert über die Access-Point-Methode. Wenn ihr den Rig-Manager am Computer verwenden möchtet, dann wird eine USB-Verbindung mit dem Computer benötigt und für USB-Audio könnt ihr dieselbe Verbindung benutzen. Mit dem Bluetooth-WiFi-Taster kann die Verbindung zu einem Smartphone oder Tablet aktiviert werden. Dann könnt ihr den Profiler-Player von eurem mobilen Gerät über den Rig-Manager editieren oder auch Audio-Dateien zum Jammen mit Bluetooth-Audio über den Profiler-Player laufen lassen. Dafür müsst ihr zuerst eine Access-Point-Verbindung herstellen, indem ihr den Bluetooth-WiFi-Taster haltet. Er blinkt nun, um seine Bereitschaft zu signalisieren. Scannt dann mit dem Smartphone oder Tablet den QR-Code, der sich auf der Unterseite des Profiler-Players befindet. Die Access-Point-Verbindung wird nun automatisch hergestellt. Sobald die Verbindung zum Smartphone-Tablet hergestellt ist, leuchtet der Taster dann grün. Den Rig-Manager iOS könnt ihr kostenlos im Apple App Store herunterladen. Den Rig-Manager Android erhaltet ihr kostenfrei im Google Play Store und den Rig-Manager für Amazon Fire OS gibt es im Amazon App Store, natürlich auch kostenfrei. Wenn die Verbindung zwischen Smartphone, Tablet und dem Profiler-Player hergestellt ist, dann könnt ihr den Profiler-Player nun über den Rig-Manager editieren. Ihr könnt dann auch im Rig-Manager eine Verbindung im Home-Network-Mode einrichten, indem ihr in den System-Settings eure SSID und das WLAN-Passwort hinterlegt. Ihr könnt Audio-Dateien zum Beispiel von Spotify über den Profiler-Player von eurem Smartphone-Tablet aus abspielen. Dazu muss eine Bluetooth-Verbindung zum Profiler-Player hergestellt werden. Drückt dafür den Bluetooth-WiFi-Taster kurz, dann blinkt er blau. Er ist nun in Verbindungsbereitschaft. Wählt dann in eurem Smartphone-Tablet in den Systemeinstellungen den Profiler-Player als Bluetooth-Gerät aus. Wenn der Taster blau leuchtet, sind beide verbunden und ihr könnt die Audio-Dateien über den Profiler hören. Wenn der Taster lila leuchtet, dann besteht eine Bluetooth- und eine WiFi-Verbindung und es können Bluetooth-Audio und Rig-Manager genutzt werden. Die Bluetooth-Verbindung wird nach einem Neustart nicht automatisch aktiviert, aber bekannte Geräte werden erkannt und verbunden, sobald man wieder kurz auf den Taster drückt. Über den USB-Anschluss kann man die Verbindung mit einem Computer herstellen und dann kann der Profiler-Player auch über den Rig-Manager editiert werden. Den Rig-Manager könnt ihr direkt von der Camper-Homepage herunterladen. Voraussetzung dafür ist ein Camper-Kundenkonto, das ist natürlich auch kostenlos. Die Version des Rig-Managers am Computer unterscheidet sich von der Version für Smartphone-Tablet insofern, dass über das Smartphone-Tablet nur die bestehenden Rigs im Profiler-Player editiert werden können. Im Rig-Manager am Computer hat man Zugriff auf Rig-Packs, den Rig-Exchange mit fast 20.000 Rigs und außerdem können Rigs auf dem Computer gespeichert werden. Der Speicherplatz ist dadurch nicht mehr limitiert. Mit diesem Rig-Manager können auch Software-Updates automatisch auf den Profiler-Player gespielt werden. Der Profiler-Player ist auch mit einer USB-Audio-Funktion ausgestattet. Der Computer erkennt ihn als Audio-Interface und ihr könnt direkt mit dem Profiler-Player in eure DAW aufnehmen oder auch den Profiler-Player zum Üben und Jammen mit Audio-Tracks vom Computer benutzen. Auch Reamping ist über USB ohne Zusatzgeräte möglich. Über die USB-Schnittstelle kann auch USB-MIDI genutzt werden. Ihr könnt die Rigs und Effekte im Profiler-Player über MIDI-Program-Changes und Control-Changes von einem universellen MIDI-Foot-Controller aus steuern. Mit einem handelsüblichen USB-MIDI-Adapter kann man auch MIDI-Boards mit fünfpoligen DIN-Buchsen an der USB-Buchse des Players anschließen. Musik 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 Musik